Im Albert Schweitzer Trainingszentrum der Geriatischen Gesundheitszentren der Stadt Graz bieten wir Pflegekurse für pflegende Angehörige an. Das heißt, pflegende Angehörige können hier neues Wissen erwerben. Durch die Teilnahme in unseren Kursen kann man eben mehr Pflegesicherheit gewinnen für zu Hause, Herausforderungen besser meistern lernen, aber auch Erfahrungen mit anderen pflegenden Angehörigen austauschen. Die Grundlage bildet einen Basiskurs zum Thema Pflege und Betreuung. Darauf aufbauend gibt es derzeit vier Praxismodule zum Thema Sturzprävention im häuslichen Umfeld, Weiterführung der Kurs zur Körperpflege, Bewegen und Positionieren und Umgang mit Demenzerkrankungen. Die Inhalte der Kurse werden gemeinsam im Team entwickelt und laufend an die Bedürfnisse der Angehörigen angepasst, sodass wir sicherstellen können, dass wir ihnen gute und hilfreiche Tipps für ihren Alltag geben können. Die Besonderheit liegt in der Umsetzung einer höchst innovativen Lernmethode in einem Simulationstraining, wo der Angehörige oder die Angehörige einen praktischen Fall löst und gemeinsam eine Reflexion anschließend stattfindet. Ich würde es jedem Pflegenden empfehlen, weil allein in den Kurs kommen, allein die Pausen, mit dem Pflegenden zu reden und zum Hören und zum Spüren, denen geht es eigentlich gleich, ist schon eine riesige Bereicherung. Und dann natürlich die praktischen Tipps, die man kriegt. Wie hebt man, wie pflegt man, wie geht man mit dem Demenzkranken um, wie richtet man die Wohnungen. Also wenn wir die pflegenden Angehörigen da irgendwas geschildert haben, die haben einfach gewusst, vor was wir reden. Es bleibt kein Problem ungelöst zurück. Also es wird alles durchbesprochen und die Referenten waren alle sehr gut vorbereitet. Also ich kann nur sagen, der Kurs war einmalig. Ich weiß nicht, ob es in Österreich überhaupt noch irgendwo gibt. Uns ist wichtig, dass die Kurse praxisorientiert sind, in einer kleinen Gruppe stattfinden und in einer geschützten Lernumgebung. Wir haben dafür eine Musterwohnung eingerichtet, wo auch die Pflegetrainings stattfinden. Die Kurse finden abends statt und sind sehr kostengünstig, damit so viele Personen wie möglich auch die Chance haben, an unseren Kursen teilzunehmen. Wenn auch Sie das Gefühl haben, dass Sie von unseren Kursangeboten profitieren können, melden Sie sich gerne bei uns. Vielen Dank! Vielen Dank.